Ich habe keinen Bock mehr auf Kisten zu sortieren, es macht keinen Spaß. Ich habe jetzt noch dreieinhalb Herzen, ich bin aber auch rüstungslos, ich weiß, rüstungslos so. So, da geht's ab. Gar nicht laut hier gerade von dem Start in dem Flugzeug. Nee, nee, täuscht. Geringfügig. Spielst du wieder im Garten? Ja. Nee, ich muss das Fenster aufmachen, denn in meinem Zimmer kam langsam so ein bestialischer gestalt auf. Das ist nicht mehr feierlich gewesen. Du musst halt weniger pupsen. Das heißt, zu pupsen riecht anders, das glaubt mir. Ja. Das wäre nach der Tat gewesen, weil es so viel kraft war. Boah. Was hast du in deinem Zimmer getrieben? Das servis ich auch gerne. Ach so. Ja. Nee, es ist so eine Mischung aus Pizza, absoluter Wärme, die in Deutschland gerade herrscht. Und allem. Und allem. Und allem. Also war auch ein Pups dazwischen irgendwo. Ja, bestimmt. Auch mindestens drei, aber... Und nicht nur einer. Oh, Mann. Wie ist ein... Wie ist ein Zombie über uns oben? Ah. Pups ihn tot. Bam. Bam. Zeug Lego, der ist kaputt. So langsam bräuchten wir auch mal ein Lager. Unsere Kisten sind voll. Ach. Lager sind überbewertet. Dann macht euch einfach ein Lager über den Wolken. Ich nehme mir aber diese Bühne da hinten. Äh. Da passt nichts rein. So. Da passt was rein. Wenn ich es abreiße, passt da was rein. Ja. Spacko. Äh. Ja. Da schwebt ein Schild. Ich will, glaube ich, gar nicht wissen, was hier passiert ist. Es war wirklich nicht so... Guck mal, Jan, ich war schon fleißig gewesen. Ich habe schon fast alle Kisten wegsortiert, die hier oben waren. Perfekt. Jetzt kommen eh nur noch die Kisten, wo halt nicht mehr so viel drin ist. Ja. Und ich war auch fleißig. Weil... Ich habe ein bisschen was mitgebracht. Geschenke, Geschenke, Geschenke. Ui. Ne, für dich bestimmt nicht. Wir auch keine. Warum sind die Kisten hier hinten auf? Keine Ahnung. Es ist doch der Minecraft-Bug, oder nicht? Die ist nicht offen, die ist zu. Nein, sie nicht. Jetzt ist sie zu. Sag bloß nicht, dass es ein Server-Problem ist. So etwas existiert nicht, sagst du? Dann mach da oben jetzt diese Reihe von Scheiße weg. Ja, ja, ja. Entspann dir. Kommt gleich. Ich bin gerade am überlegen, wo ich meine Diamanten einsortiere. Eine wertvolle Kiste. Ja. Die du über die Tür baust. Wer ist eigentlich, ne? Nee. 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 Warum nicht? Weil du dann da über Platz lassen musst und das sieht scheiße aus. Nee, ich habe ja gelernt, man kann da auch Stufen reinbauen. Ja, das sieht scheiße aus. Das weiß ich halt noch nicht. Boah. Lass den Mann doch mal experimentieren. Nein. Willst du ein Geheimfach hier haben? Ich habe Bock auf Redstone irgendwie. Komm her. Da. 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 Ja. Aber trotzdem, da waren drei Stacks schon drinnen gewesen. Ich brauche einen Pisteln. Was machst du dabei jetzt? Was machst du dabei jetzt? Wir müssen das DL von oben angucken. Ja. Ja, ich habe selbst einvergessen. Wo bist du denn? Nee. Sag ich dir nicht. Ja, ich bin da. Ja. Wo ist die Federnkiste? Ich habe doch irgendwo eine Federnkiste. Da. Ähm. So. Eins, zwei, drei. Wir machen meinen ganzen Scheiß, den ich nicht brauche, läuft im Lager ein. Okay? Ich habe auch gerade schlecht gemacht. Was macht der Schleimball da drinnen verarschend? Den habe ich da gerade reingeworfen. Ja, in der Federnkiste. Da kommt eigentlich nur was rein, was von den beiden Ironen reinkommt. Sag mal, meine gutste, wieso haben wir zwei Werkzeugkisten? Weil das cool ist. Weil die DL voll nicht hat. Da war ich jetzt halt wieder weg hier. Ich frage ja nur. Ich frage ja nur. Ich dachte mir nur, das passt halt zu den Rüstungskisten, die da drüber ist. Habt ihr eine Kieskiste? Ja, haben wir. Ja, haben wir. Okay. Ja, haben wir. Wo? Kann ich dir gleich zeigen, wenn ich das Schild wieder gefunden habe. Das Schild? Das hier? Genau das. Ach, Mann ey. Kannst du mich raten, ihr habt noch keine, sondern ihr müsst erstmal in die Kiste für Kies. Nein, warte. Irgendwo, irgendwo habe ich schon... Ach ne, hier guck mal, hier drüben irgendwo war die. So, in welche Ecke soll es hingehen? Ne, das war kein Kies, warte. Welche Ecke hättest du hier denn einfach? Ja. Wo habe ich den Kies hingetan? Ach ne, den Kies hatte ich glaube ich Koch vorhin alles gegeben. Jo. Dann, ja. 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 Musst du da irgendwo was machen? Mann, oh Mann. Ja. Mann. Machst du da? So. Mecklst du wieder rum? So. Gut. Kisten sind jetzt alle weg. Musik. Musik. Wo soll der Schalter da werden? Das kannst du dir frei aussuchen. Musik. Hier unten. Musik. Musik. Was wollt ihr denn da hinmachen? Eine Kiste. Hä? Eine Kiste? Für was? Diamanten. Bau mal einen Hebel. Äh, ja. Stein, Holz, wo ist es? Und da. Hm. 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 Fertig. Hm? Ach, Firoban, das mit dem scheiß Hebel. Ist ja gut. Nee, ich weiß selbst nicht. Das mach ich damit. Nein, ich mein denjenigen, der ja gerade über die Tür rennt. Hä, was? So, ich hab, äh, ich hab'n. Kannst du unten ran machen, meine Welt. Hab ich. Schau mal drauf. Auf. Hier hochgegeben. It works. Hm, hm. Cool. Darf ich schon reinsitzen? Jo, klar. Und weg, ihr seht. Jo, perfekt. So, jetzt klau ich mir zwei. Pfff. Guck mal. Haha. So, sieht's nämlich nach mehr aus, wenn du's so hin tust. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Wenn was? Acht. Wenn du's so hin tust, sieht's nach mehr aus. Da. Guck. Eins, zwei, drei, vier. Guck. Nein. Acht. Drei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. So, ich hab mir mal zwei geklaut, ne? Acht. Was? Ich hab mir mal zwei geklaut. Hm? Ich glaub's nicht. Die anderen haben gerade den Rest genommen. Echt? Nö. Guck nochmal rein. Mhm. Ich hab nur zwei genommen. Ich hab nur zwei genommen. Ja. Ach, und die eigentlich auch Autorennen hier vorne bei der Honor-Rennbahn. Ach, das stimmt. Das klein nämlich gerade. Genauso. Du hast ne volle Diagiste. Jo. Mann, oh Mann. Ja, und lässt geht ran. So, wo ist denn jetzt der Verzauberungstisch? Ist der noch bei... Wer macht immer die Dinge wieder zu? Es ist ein Geheimfach, Leute. Echt mal. Hallo. Wo ist das Essen? Ist die Verzauberungstisch noch bei Swain oben im ehemaligen Haus? Ja. 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 In dem Loch. Im Berg. Bunker. Ach, fick dich, Creeper. Ähm, ja. Ja, das ist... Ja. Ich lass das jetzt so. Wieso rennen hier so viele Hühner rum? Willst du mich seine Spitzel wieder haben, oder? Ja, wirf sie in die Werkzeugkiste. So, ich verzauber jetzt noch mein Schwert und dann bin ich erst mal weg. Äh... Da. Da. Ach, die Scheiße. Wir sind fast im Marsch. Puh. Warum sie oben das Schild ab? Oh. 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 Okay. Mein Schwert hat jetzt Bann 4 und Rückstoß 2. Dafür doch, ey. Rückstoß ist doof. Warum muss ein Holz rein? Was ist Bann? Was war Bann denn nochmal? Was war Bann? 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 Bann. Mein Schwert hat jetzt Bann 4 und Rückstoß 2. Ähm, das ist gegen... Ich meine Cave Spider und auch irgendwas in Höhen. Weil das Kackschwert... Ja, genau so scheiß wie deins, ne? Weil jetzt hat wenigstens Schärfe drauf. Es regnet schon wieder. Das ist doch ein Scherz. Ja, egal. Ich bin da jetzt eh erst mal im Bettchen. Nee, kann man da jetzt eigentlich schon schlafen gehen oder ist noch nicht dunkel draußen? Mal gucken, ob das funktioniert. Nein, you can sleep at night. Mhm. Mhm. Ich brauch ne Schaufel. Uh, es gewittert. Erde. Willst du wieder äh... Gewittergöttchen spielen? Nope. Boah, Sven, ne? Was, ich mach nur überfüßige Sache weg. Ah, ja. Wie sieht's denn bei euch aus? Ja, gleich. Gut. Sven, darf ich mal mein Schwert ausprobieren? Nein. Dann probier ich 1 an dir aus und das willst du nicht. Was hast du für 1? Werfe 4, Looting 2. Okay. So, ähm, ne Kiste wo wir äh, die ganzen... das ganze Grünzeug haben. haben wir noch nicht, ne? Doch, ich glaub eine Grünzeugkisse haben wir schon. Ja, drüben. Ah ne, hier auch. Hier. Ja. Gut. Gott. Oh man. Hm. WTF, wenn es glitzt, dann leuchtet es da hinten in der Ecke immer. Ja, weil da oben noch kein Dingens ist. Kein Stein. Haha, geil. Hast du es gesehen, Swain? Nein. Da rechts oben in der Ecke. Genau dort in der Ecke. Hast du es gesehen? Ja, minimal. Ja, aber es hat geleuchtet. Jojojo. So, ich bin weg. Jojo. Jojo.